Na gut, meine Schatzsuchenden Ballerfreunde, willkommen zurück. Kapitel 5, Schuld und Sühne, 15 Secrets. Na, schauen wir mal, ob wir die irgendwie alle finden. Ja, es gab so irgendwie am Anfang eine Cut-Szene, aber ja, einfach nur Zugfahrt und ein bisschen bla bla, relativ unnötig. Hey, I'm just the guy. Don't expect me to start turning water into vodka. But, if we make it out of here alive, we'll drink you on me. I like water. Hang on! Yeah, yeah. Das ist ja gut. So, ein bisschen Strom. Haufenzüge, wirklich? Ach. Oh, das ist ja meiner, hoppala. Hörst du auf? Na ja, das sind doch ab und zu, glaube ich, ganz nützlich, die Kollegen. So, hier sollten dann bald mal unsere ersten Secrets kommen. Unsere ersten zwei. Ich bin mal hier. Oh, shh. Darum weiß ich aber nix. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin ja gleich down. Und nix wo HP, ja. Na, da ein bisschen. Na ja, das ist aber wirklich nur ein bisschen. More. Na gut. Ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. Ja. Also. Ich bin gespannt. Also. Mm. Ich bin gespannt. asaht. naja so was geht hier ab und ja das die mission habe ich noch nicht gespielt jetzt also keine balls aber die haben wir immer noch nicht immer die jetzt na das ist eine minigun sommer da morgen nachrichten bla bla schrecklicher terroranschlag bla bla sie möchte von bla bla aktienmarkt bla bla oh so so Ich werde mal sagen, was du kannst. Fuck! Ja, das war ja mal gar nichts. Aua. Na, macht mal was hier, meine russischen Freunde. Oh, ist der Scheiß, oh mein Gott. Ich hab... What the fuck? Hä? Okay, ich glaube, jetzt sind wir gleich richtig im Arsch, oder? Na komm, hör mal auf zum Spielen. Ja, mich trifft da irgendwas durch. Oh, scheiße. Vielleicht war das keine gute Idee. Nein, der Rocket reinfliegt nicht in die Dauern. Irgendwo ist, glaube ich, noch einer, hä? Nein? Ach so, die Bastarde da, hä? Oh. Okay. Hör mal auf, jetzt Pussy-Mutter. Nichts, huh? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my god, fuck! Oh my god, fuck! HP, HP... Okay, ja, das war eindeutig scheiße. Aber was soll's. So, lass mich mal schauen, was hier alles für uns gibt. Okay, Minigun Ammo. Ah, haha. Wir sind wieder voll. So, wir müssen einmal da rauf. Ja. Wir müssen noch ein zweiter rauf. Okay, ich glaub wir haben's irgendwie collected. Oh man, springen in dem Spiel. Oder platforming in dem Spiel. Oh my god, ehrlich? What the fuck? Oh my god, fuck! Ja. Keine Ahnung, wo's genau. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wo's ist, aber... Äh... Naja, wir haben's, denk ich mal. So, was haben wir da noch alles Schönes? Okay, Rüstung nehmen wir auch immer. So, have you been here before? Oh, yeah, my best way to get you. Oh, is it changed, Spux? Oh, well. Ah. Scheiß Froschhunde, da? Ah. Okay. Was? Ich habe gerade ein bisschen was gespawnt, aber... Ah, ein Router. Okay, mehr als ein Router. Aber da irgendwo so ein Scheiß-Raptor läuft. Aber wo? Okay, mehr als ein Router. So, ich glaube, hier waren irgendwie keine Secrets. Ich hoffe es zumindest. Alle habe ich mir auch nicht gemerkt, glaube ich. Was haben wir denn überhaupt schon? 4 von 15, naja. Oh, hallo. Okay, was erwartet uns da wieder Schönes? Ich bin sehr alt, aber ich bin nicht weck. Okay, nur kleine Wie komme ich denn da rein? Das ist nämlich auch ein Secret Aber da komme ich glaube ich nicht rein, von der Seite, okay Aber da geht es nicht rein Aber da geht es nicht rein What the fuck? Boah, zu viele gerade, hü? Nein, es gibt nicht zu viele, es gibt nur zu schlecht. Es wird einfacher, weil ich wüsste, was immer kommt. Ich habe zu viel, aber ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Astronen sind auch voll nervig. Alles nervt. Die da auch. Die Astronen sind auch voll nervig. Die Astronen sind auch voll nervig. Die Astronen sind auch voll nervig. Okay, hinterher hat man noch eine Hälfte Dingens, aber brauchen wir gerade eh nicht. Wehe, du snipest mich. Fuck, er hat mich gesnipet. Na gut, aber wir haben es irgendwie mal überlebt. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. Dann noch ein paar HP, die nehmen wir auch noch mit. Na scheiße. Natürlich hier, es gibt nichts in dem Spiel for free, ha? Ich will nicht sterben. Mann! Okay. Wir wollen uns mal irgendwie dieses fette HP-Teil da hinten. Naja. Aber ich mach trotzdem es. Es macht einfach so viel Spaß. Keine Ahnung. Es ist so simpel und es macht einfach einfach nur Spaß. Unmengen an Gegner. So. Da hätten wir auch noch eins. Lass mal irgendwie liegen. Wer weiß. So. Gab es... Jo, ja. Da gab es was. Ey, ich schwöre. Einziger Minuspunkt. Welche Sprungdinger in dem Spiel. Okay, wie komme ich wieder raus für den Fall? So. So. Noch ein Hoverboard. Wer weiß wofür? Das ist das hier. Und noch so ein Ding. Und noch so ein Ding. Diese scheiß Hunde da. Froschhunde. Au. Du Bastard. Double Bastard. Ach komm. Noch was. Ja mach ihn weg. Ich muss noch so'n scheiß Raptor Lord. Den wollte ich eigentlich vorher killen, aber nicht dazugekommen. Wo ist er? Keine Ahnung. Da ist er. Down ist er. Down ist er. Down ist er. Down ist er. Ball vier Problemen. WeLl cross that bridge when we get there. Let's cross this one first. Okay, so, puh. Ah ja, das ist glaube ich auch wieder eine Trap, ha? Was für eine Frage. Was, wer ist er? Okay. Boss-Kamikaze. So, jetzt schauen wir irgendwie nochmal da zurück, weil da war man glaube ich auch noch nicht fertig, da drinnen. Keine Ahnung, ob es Secrets gibt. Ich bin schon irgendwie ein bisschen verwirrt. Okay, Rockets sind immer gut. Genauso wie Rüstung. Und noch mehr Rüstung, noch mehr Rockets und keine Ahnung. Strom. Granaten voll. Achso, die da, okay. Ich glaube, dass da eigentlich sonst nichts mehr gab. Ah, bin mir zwar gerade nicht hundertprozentig sicher, aber hey. Falls mir irgendwie am Ende eins fehlt oder so, gehe ich halt irgendwie nochmal zurück, so offscreen oder was. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na gut. Ich glaube, wir haben alles. Die andere Schrott. Habe ich irgendwie auch noch nicht wirklich benutzt, aber... So, was geht hier ab? Okay, okay. Brauchen wir doch. What? Äh. Scheiß mit Tidegling und scheiß Drohnen. Und noch mehr so Dinger. Und noch mehr so Dinger. Hilfst du doch? Wir haben irgendwie nicht mehr viel. Ich glaube, das wird so nix. Okay, da weiß ich, dass... Okay, da weiß ich, dass... Da, was dahinter ist. Da, was dahinter ist. Kann er da nicht schwimmen? No. Bisschen kalt. So, was haben wir da alles Schönes? Lauter gutes Zeug. Das ist natürlich gleich, wenn der Gegner spawnt. Okay, könnt ihr mal den machen? Holl Explosion. So, da... Ah. Auf Wiedersehen. oh mann so ganz geil 1 für 6 also wie machen wir das am besten flammenwerfer es ist ein fernes Fick Nein, 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 raus, 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 raus. Ah, ich stelle mich gerade irgendwie an wie der letzte Idiot, weil ich irgendwie so ein bisschen greedy bin. Das ist scheiß 1 für 6. Mach die mehr weg, da. Mach die mehr weg. Oh, das ist scheiß 1, wirklich. Oh, das ist scheiß 1 für 6. Das war irgendwie auch Katastrophe. Das ist halt immer auf dem Eis, da hilft irgendwie auch nicht so wirklich, aber na gut. So, AP ist immer eh voll. Ein bisschen Strom, kann man immer brauchen. Ein bisschen Rüsi. Okay. Schaut er wieder ganz an den Baus. Ja. So ein Arsch. Das war nicht nett von ihm. Okay, wo sind wir da? Ich weiß, bei dem LKW, glaube ich, gibt es irgendwas. Jawohl. Oh, ich habe es gesehen. Allerdings weiß ich gar nicht, wie wir hinkommen. Okay. Das wird aber auch nicht richtig sein gerade. Okay. 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 Dann hoffentlich von woanders. oder? Komm, schwimm. Okay. Es geht nicht wirklich. Dann halt vielleicht da irgendwie so, ne? Okay. Hauptsache, wir kriegen es irgendwann. Oh. Okay. Ich höre schon wieder was. There fans. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Wenst, 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 wenst. Ja, brav sind sie meine Russie. Ja, brav sind sie meine Russischen Freunde. Wer snipen nicht? Nix damit snipen. So, da... War eh nix, okay. Ah, da haben wir noch ein Secret hier. Das ist... Ah, das ist voll unfair. Ja, genau so wie das. Was nehmen wir für eine Waffe? Ah. Ah. Ah, what the fuck. Ah, das ist voll. Ah, das ist voll. Ah, das ist voll. Ah, das ist voll. Einmal, das ist voll. Ja, falsche Richtung. So, wie viel haben wir eigentlich schon? Zehn von fünften. Neu. Nein, nein, nein. Oh, what the f... Wie ist das in Tiden hier? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das könnte die andere Seite sein, gell? Ich fähre irgendwelche Schles Harpien oder so, glaub ich, hm? Mensch! Mannhaber! Oh Gott! Ah, ist irgendwas? Okay. Es gibt wenigstens ein paar Harpchen. Naja. Oh. Irgendwas. Scheibenbar nicht. Ha, hat er geglaubt, er kann sich hinterm Baum verstecken, der Bastard. Nö, nö. Okay. Was gibt's da oben? Keiner da? Das glaube ich nicht. Sehr gut. Stromvoll. So was. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Was ist denn das da? Ah, Stromgenerator. Oh, die Tür ist zu. Okay, ich sehe gar nichts. What the fuck? What the fuck? Ich sehe wirklich gar nichts mehr. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Okay. 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 Nice job, Sam. Hiya. I see you've finally changed your opinion about him, Vanya. Woo. He is American. But a really cool one. Hold you. Na Auf Okay, mach mal was Hier sind sie ungefähr Ah, da nicht Oh, hallo Hier ist Muss ich irgendwie nochmal üben Ein bisschen aiming So Das ist ein secret Nein Hier noch Hier ist auch scheiße Da sind die Türen zu Oder bin ich Na Ich bin glaube ich nie von da her gekommen Okay, passt schon Noch einer Nein, immer noch dasselbe So Irgendwie sind wir da noch nicht fertig Glaube ich Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt Ah ja Nein, nein, nein Mehr? Nö Okay So Da ist jetzt offen Aber Abstechen nach rechts Tja, keine Ahnung Wo wir da hinkommen Okay Oh Illuminati Oder was geht ab Ach du Scheiße Geht da noch mehr Okay Kein Plan Wer das ist Aber Jo Die haben Anzüge an Ach Keiner Aufgefallen Ha Geheimatblöse Plan gefunden Was Und verhindert Oder was Stand Mini Atomrakete Okay Alles klar Alles klar Okay Ja Das Ding ist Eines dürft die Scheibe schon vergessen Aber ich glaube das war normal So 13 Das Sieg Das ist natürlich scheiße Aber Hm So Es kommt Da wieder alles Damn Damn you Ich bin Ich sehe nichts. Oh hallo. Drohnen das ist nicht mein Secret. Oh, was da alles gibt für uns. Wahnsinn. So, und da vorne habe ich auch schon irgendwie was Schönes gesehen. Ich glaube, das ist endlich schon mal unsere Canon-Kanone. Jo, schaut da noch aus. 100 Rüstung, 100 HP extra, Fertigkeitspunkt, Kanone, was kommt denn da gleich? So, was sollen wir da jetzt nehmen? Alles scheiße eigentlich. Oh, fuck. Okay, da weiß ich, gibt es noch ein Secret. Das ist dann 4, 13. Okay, 13 erst. Eins habe ich schon, glaube ich, wirklich schon vergessen. Es gibt da noch eine, die alte Map gibt es, glaube ich, noch. Ja, das war's. Das ist aber, glaube ich, das wird eh nur irgendwie ein Waffen-Secret oder irgend so ein Blödsinn. Nix. Nix besonderes, ja. Also, ich werde nicht irgendwie zurückgehen oder irgendwas. So, ich bin gespannt, was da gleich abgeht. Ich wette einiges. Okay, was spawnt da alles. Okay, das... Kann's ja wohl nicht ganz sein. Kann's ja wohl nicht ganz sein. Ich bin Adel von Ihnen. Hey, mini! Ich bin überledet. várias הה Ich bin soute. Ich bin so," Gehse�이". Okay, ich bin mit der Hardblum selbst-Kirren. Oh, Scheibers! Das ist nicht gut. Los geht's. Los geht's. Okay, ich wusste ja, dass es fehlen wird, aber... Okay. 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 So, was kommt jetzt noch? Okay. 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 Das sind ein paar mehr. Ah, scheiße. Okay. Okay. Wir sehen uns wieder, Defi. Okay. Sollte aber auch nicht allzu schwer sein. Soll ich nicht one-shotten? Okay. 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 Go ahead. Okay. 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 Okay, wir können doch One-Shotten, wenn wir Headshotten aber nur. Aber da wollte ich gerade nicht. Bitte. Fuck you, man. Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Oh, diese Scheißviecher da. Fuck. Ja, ja. 80% Alkohol. Verdammt. Ja, ja. 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 Ich bin ja echt zu viele irgendwie. Ja, jetzt. Das war's. Ja, was trifft mich die ganze Zeit? Betreib halt. Das sind die scheiß Viecher. Und die auch. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich langsam genug Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich gerade selbst gekillt? Nein! Was denn Scheiße? Jetzt hat mich gerade selbst gekillt, wie peinlich ist das? Jetzt killt mich wieder dieser Flugbastard da! Fuck off hier! Okay, ich kann es nicht mehr hören, speich ich da mal! Okay! 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 Dann tritt mich von da hinten! Hm? Okay! 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 Nicht euer Ernst, wirklich. Nicht euer Ernst, wirklich. Nicht euer Ernst, wirklich. Na. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh my god! Ich könnte noch live usen, aber ich mag nicht Okay, ich mag doch Okay, das war auch scheiße Okay, das ist... Okay, das ist... What the fuck? Okay... Wie viele? Okay... 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 Ach komm... Okay... Okay... Oha! Oha! Oh Mann, ich glaube so oft bin ich noch nie gestorben. Okay, kann ich wohl auch bei dem Aiming hier? Ja. Naja. Wir sind jetzt 20 mal gestorben. So, das schaut wieder gut aus, oder? Da noch fix. Naja. Kennenbolts. So, am I gonna heal 4? So, was geht hier wieder up? Ja. So, wie jetzt mal geht's? Ich bin nur etwas. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt zählen wir nicht so. Na scheiße, immer noch nicht fertig. Ah, das ist zu viele schon wieder. So, wo ist der scheiß Reptor? Na, ich hasse... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind ja wohl wirklich am allerallerallernervigsten. Au. Jawohl, mach weg den scheiß Baum, dass ich mal was sehe. Okay. Oh mein Gott. 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 Ah, diese fetten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg. Ah. Okay, aber meint dann halt nicht. na gut war nicht so übel nicht besonders gut aber wir leben noch jawohl live hier was schon mein lieblings gadget da ahora Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, was? Spatisch ist auch noch eine Drohne, nachher. Die machen so viel damage Ja Oh mein Gott Ich will da mal fertig werden The fuck Ich will da mal fertig werden 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 Oh mein Gott Ich will da mal fertig werden 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 Ich bin im Series 7 Level gestorben Ganz ehrlich Ganz ehrlich Ich will da mal fertig werden 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 Ja, wie viel damage macht denn das Teil? Komm, mach auf. Mach auf. Okay, scheiß Teil ist auch gleich wieder aus. Na, das war eh klar. Okay, ich schwör. Oh, den Ball ist nieder ohne Spaß. Okay, scheiß Turm ist down. Oh mein Gott, was ich nicht alles brauche. Oh mein Gott. It's a trap. Komm, lass uns jetzt mal fertig sein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Tempel ist Explosive. Was? Oh mein Gott. 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 Was? Oh mein Gott. 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 Ich habe mich selbst gekillt. Das ist wie die Welt funktioniert. Du kannst nicht das. Du kannst mir nicht sagen, was ich nicht machen kann. So much you want in prison. Ich sollte dich aus dem Erlocken, wenn ich eine Chance habe. Das ist wie die Welt ist. Du kannst dich nicht sagen, was ich nicht machen kann. Ah, das ist schwer. Okay, das macht halt gar nichts, oder? Oh, ist er da? Macht das Damage? Nein. Oh ja, ein bisschen. Okay, kein Bock mehr? Oh ja, da. Oh, was? Oh ja! Oh ja, ja! Okay, ich glaub, das macht ihm nix. Okay, aber ich glaub, das war's. Jaa. Jaa, oh mein Gott, naa. Jaa, mit dem Ding ist es uhrgeil, weil wir einfach uhrschnell sind. What? Jaa, ich habe keinen Bock mehr. Jaa. Jaa. Jaa, ich habe keinen Bock mehr. Jaa, Davey, let's go. Jaa, ich habe keinen Bock mehr. Jaa, ich habe alle die richtigen Entscheidungen. Ich bin der letzte Mensch. Alle die richtigen Entscheidungen, huh? Das ist lustig. Ich habe viel Zeit gedacht, was hat dich verändert. War es Angst? Delusion? Greed? Ich habe das Gefühl, Howard. Du bist ein verdienter Idiot. Jaa. Okay. Okay. Jaa. Jaa. Es ist schwierig, einfach mit dem. Es ist nicht das Wichtigste, was passiert heute Abend. Alles klar, hör mal. Ich weiß, dass du wirklich cool hast, Brand. Aber diese Zeitlinie nicht endet gut. Ich glaube, ich habe alle Variation gesehen. Ich habe Napoleon gesehen, wie du sagst. Aber der Zukunft ist immer noch das Gleiche. Jaa. Ich habe das gedacht. Echt ehrlich gesagt, ich wollte nur jemanden, den kleinen Twerp schreien. Insofern. Sam. Olga. Ich habe eine Mission für dich. Jetzt, zurück in 1352 B.C. Der Pharoah Akhenaten hat gerade eine sehr Syriane Schiff gefunden. Ach was. Was? Habe ich mir jetzt irgendwie fast gedacht. Ist das irgendwie schon... Oh. Okay. Auch was. Naja. Fünf Level. Ich meine, okay. Das war relativ lang, das Level. Und relativ hart. Aber... Naja. Scheiße. Okay. Dann... Ja. Beenden wir das Ganze hier wieder. Das war Serious Sam. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange für den nächsten Teil oder für den neuen Teil. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.